Und wie man sieht, sieht man nichts. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Es ist mega nebelig heute. Ich bin sehr gespannt. Wir haben vor eine Runde ins Gelände zu gehen und ich hoffe, wir sehen überhaupt, wo der Weg ist. So, dann noch schnell das Pony fertig machen. Perfekt, los geht's. Mega nebelig heute. Sieht total grandios aus. Jetzt muss ich nur ein bisschen darauf achten, dass mein Hund nicht aus dem Sichtfeld verschwindet. Hallo, Juri. So, da wartet die erste Trabstrecke. Ich bin gespannt, wie entspannt die Pferde sind und hoffe, dass sie so entspannt sind, dass wir die nächste Strecke ein bisschen mitfilmen können. So, erste Trab- und erste Galoppstrecke geschafft. Unsere Pferde sind extrem aufgedreht. Joey ist nicht so der Typ, der im Gelände tatsächlich vorwärts geht. Ja, und jetzt gerade wollte sogar er mal vorwärts. Da brauche ich noch so ein bisschen die Entspannung, dass ich ihn dann auch mal gehen lasse. Aber das probieren wir nicht heute aus. Ja, demnach schauen wir uns doch im Schritt ein wenig die wunderschöne Umgebung an. Weil wenn ich im Trab jetzt die Kamera in die Hand nehme oder im Galopp, dann sind wir, glaube ich, so schnell, dass wir direkt wieder am Stall sind. So, jetzt waren unsere Pferde schon mal etwas entspannter und kontrollierter als bei dem ersten Galoppversuch vorhin. Oh, okay. Das war ein unsichtbares Monster. Ja, ich bin begeistert von Joey mal wieder. Der ist im Moment einfach so unheimlich brav. Und ich bin eigentlich so überhaupt nicht der Geländereiter. Also ich fühle mich im Gelände immer nicht so sonderlich wohl. Ja, weil Mitch ist halt so ein Kracher draußen, der überall losschießt. Und mit Mitch bin ich halt einfach groß geworden. Und demnach bin ich halt einfach dieses Stresslevel, was das Pferd die ganze Zeit ausstrahlt, gewohnt. Und ja, hatte dann irgendwann keine Lust mehr ins Gelände, weil es mir zu anstrengend wurde. Ja, und so mit Joey, muss ich sagen, finde ich dadurch den Spaß auch so ein bisschen wieder. Ja, aber gut, bei Joey habe ich halt auch von Anfang an natürlich darauf geachtet, dass er wirklich kontrolliert im Gelände ist. Schön an den Hilfen ist. Auch wenn das heute nicht ganz so unprozentig war wie sonst. Aber gut, dafür habe ich ihm heute etwas mehr getraut und ihn ein bisschen mehr vorwärts gehen lassen. Und habe dann geguckt, dass ich dennoch mit meiner Hilfe durchkomme. Und dann wissen wir, was wir die nächste Zeit vielleicht ein bisschen häufiger üben sollten. Ja, hier geht es gerade auch vom Nebel. Auch wenn die Sicht bedingt durch den Wald nicht weit ist. Aber ja gut, es gibt nichts Schöneres, wie im Nebel auszureiten. Für mich zumindest. Dann geht es für Joey jetzt in die Box. Reiten wir ihn noch entspannt nach unten. Und dann geht es zu Hause. Ich hoffe, unser Ausritt hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst doch gern ein Like da, ein Abo und aktiviert die Glocke. Und denkt immer daran, jeder Tag, an dem ihr nach Pferd riecht, ist ein guter Tag. Und dann geht es mir wieder. 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 Und dann geht es mir wieder.